hey ihr harten cowgirls und cowboys ich bin der bruger und das hier ist evil west ich habe das ganze ein bisschen früher bekommen von focus und darum vielen lieben dank es ist also auch ein placement und ich würde sagen wir starten einfach mal neues spiel ich mache das ohne kamera ohne facecam aber vielleicht wird es auch nur ein angezockt das kann ich jetzt noch nicht sagen das entscheidet ihr mit und ich habe hier gerade sehr sehr viele projekte ja wir machen mal schwer war tot nee lass mal fähigkeitserinnerungen ja 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 so es ist auch es ist auch multiplayer es ist also koop nicht pvp heißt man kann zusammen spielen das werde ich natürlich auch nicht machen ich bin ja so ein solo player aber jetzt viel spaß dark forces have been praying on america as the fight against these vampires continued a secret organization has trained people with remarkable skills the agents duty is to protect ordinary people from the forces of evil so so Die Hörse ist, dass ich nicht trust! Retirement ist wunderschön für Ihre Attitüde! Retirement ist großartig! Es ist großartig! Es geht um den Dramatischen Geist! Der Traum ist meine Arsch! Ich hoffe, Chester ist in der Schattier-Müse, als du Schattier-Müse bist! Der Traum ist eine gute Konversation. Während wir mit Dynamite Chester will be none too chatty with his gut sprayed all over a train carriage. Ich weiß, wie eine Explosion zu entwickeln, Edgar. Es kommt! Wait für ihn! Jetzt! Oh, also grafisch sieht es schon mal sehr, sehr schick aus. Es hat noch dazu gesagt, Flying Wild Hog, kennt ihr vielleicht den Entwickler? Ja, wir haben auch Shadow Warrior gemacht oder, äh, was haben sie noch gemacht? Lass mir, Track to Yomi, also lässt schon so ein bisschen blicken auf das, was es für ein Spiel werden wird. Nämlich ein sehr blutiges und spaßiges Geballer wahrscheinlich. Ah ja, an der Kante. Aber wie gesagt, das sieht jetzt grafisch sehr stimmig aus. Okay. Ich weiß jetzt auch gar nichts über die Vorgeschichte von unserem Charakter hier. Wir können treten. Ich fand es ein bisschen komisch. Das war erst mit rechter Maustaste zielen, mit linker Maustaste Power-Faust und mit E schießen. Also irgendwie... Ah, okay, da kann ich mich abseilen. Alles gut. Und... 66 Geld. Ist halt sehr arcade-ig auch, ne? Wie gesagt, erstmal nur ein angezockt. Ich weiß nicht, ob es überhaupt geschaut wird auf meinem Kanal. Ist halt nicht so das, was ich normalerweise spiele. Scheiße, der hat überall Egel. Amateurs. Nein. Ich sehe dich wieder. Okay. Neue Geschichte. Infiziertes Gefäß. Das schwächste Glied im Stammbaum der Sanguis... Was? Sanguisuge... Sanguisuge-Familie. Der Prozess seiner Veränderung wurde entweder durch eine ungeeignete Blutgruppe oder allgemeine erhebliche Unzulänglichkeiten behindert. Diese misslungene Verwandlung nimmt den Gefäßen ihrer Menschlichkeit und lässt sie mit einem intensiven Verlangen nach Blut zurück. Aufgrund der unterentwickelten vampirischen Struktur ihres Kiefers können Gefäße die Haut ihrer Beute nicht durchdringen, um Blut zu saugen. Stattdessen verstümmeln sie ihre Opfer auf grauenvolle Weise und lecken das Blut aus den offenen Wunden. Schön nett. Geil. Und der Rentier-Kampfhandschuh. Jeder Agent des AI trägt eine Stahlfaust, mit der er Gegner zu Brei verarbeiten kann. Antippen um loszuschlagen, Nahkampf-Kombos sind möglich. Ah ja. Wahrscheinlich ist es auch so gedacht, dass man es schon eher mit Gamepad spielt. Ausweichen oder doppelt. Ja, habe ich schon hingekriegt selber. Oh, die Maus ist mir echt langsam. Okay. Das Blüter ist das Leben. Wir brauchen schon Leben. Was ist jetzt benutzen, hä? Was ist benutzen? Der Taste. Jao, Kratos, oder was? Einfach mal die... Warte mal, ich spiele es mal mit Gamepad, vielleicht funktioniert es ja auch ganz gut. Da ist der linke Stick. Hier ist Schlagen. Ausweichen. Alles klar. Und A ist auch gleichzeitig benutzen. Es spielt sich ein bisschen wie God of War, ne? Ach komm, ich kann nicht mit zurück. Warte ein bisschen gucken. Und? Okay. Objekt Nummer 17. Männlich durchschnittlich geboren. 19... Äh, circa 1857. So. Objekt Nummer 18. Weiblich klein geboren. Zirka 1860. Männlich fettleibig. Weiblich durchschnittlich. Glasbehälter mit 7 Liter Gefäßen voller Blut aus einem Waisenhaus. Äh. Äh. Nummer 21 bis 27 als Transportgefäße umfunktioniert. Familie von Calvert. Das ist ja geil. Boah. Passiert, ne? 41 Geld. Ich... Also ich mag das Settings, ne? Das sieht halt echt fies aus. Und gerade im Wilden Westen kann man noch einiges rausrollen, schätze ich mal. RB drücken, wenn du nach vorne... Während du nach vorne ausweichst. Hoppala. Jetzt hab ich die Maus bewegt. Um einen Gegner... Zu einem Gegner aufzuschließen und sofort anzugreifen. Wie kann ich denn treten? Oh. Ja. Ja. Ah. Mit rechten Stick kann ich treten. Au. Au. Alter. Heilung. Äh. Den Kampf hat schon eingebaut und Medizinspender kann zur Heilung verwendet werden. Er hat eine kurze Abklingzeit zum Heilen B drücken. Ah. Okay. Alles klar. Äh. Die ganzen Blutegel hier. Wie gesagt, Design ist schon mal sehr geil. Bin gespannt, was noch kommt. Aber wie gesagt, ihr entscheidet das. Die coolen Leute liken ja immer am Anfang zu Beginn des Videos. Und ne? Schreiben am Ende einen Kommentar. Aufwärtshaken und Schläge. Für einen Aufwärtshaken RB gedrückt halten. Weiter mit RB zuschlagen, um Gegner in der Luft zu halten. Wow. Oh. Das ist schon... Schon sehr witzig. Alles klar, der Handschuh ist noch nicht ganz voll. Ja, das macht eigentlich mehr Sinn mit Gamepad als mit Maus und Tastatur. Aber die... Also... Die Überlegung ist echt Pille-Palle. So ein bisschen... Also... Mit F die Schrotflinte. Mit E schießen und so weiter. Ist halt ein bisschen komisch. Dann lieber Gamepad. Kann ich euch nur empfehlen. Aber es gibt ja die ganz hartgesottenen, dann ist das egal. Kann ich auch verstehen. Ähm... Gedrückt halten mein Gegner mit einem Aufwärtshaken gefolgt von einem Kanonenkugelschlag zu versetzen. Von Kanonenkugeln getroffene Gegner können durch Umgebungshinderlisse getötet werden. Ähm... Okay. So, ich bin ein bisschen krank. Wollte ich nur sagen. Schon wieder. Immer. Äh? Ach, nach oben gedrückt. Okay. Mit nach oben drücken muss ich noch. Haha. Ist so ein bisschen gerade wie... Wollettstorn getter. Wollettstorn getter. Ow. Okay. Ja, muss man sich sowieso gewöhnen ins Kampfsystem. Wenn man God of War gewöhnt ist, dann... Ist es etwas anders. Ich will es jetzt auch nicht die ganze Zeit mit GOW vergleichen, weil es ist halt komplett unterschiedlich. Aber es ist halt ein Nahkampfprügler und deswegen... Ja, bietet es sich irgendwie ein bisschen an. Alter! Er hat einen Nagel durch den Kopf. Aber was für ein Fett. Gegner oder Spezialangriffe sind tödlich und können nicht mit normalen Mitteln aufgehalten werden. Äh... Erdrücken, um Spezialangriffe mit einem Antritt zu unterbrechen. Was ist das? Where the hell did you get Hatslices? Finaler Schlag. Dehre dich einem zu dem todenahen Gegner und töte ihn auf spektakuläre Weise. Dehre dich im Gelblech den Gegner und drücke RB für den finalen Schlag. Das Erledigen wird mit Heilungsgegenständen belohnt. Während du den Gegner erledigst, bist du unverwundbar. Ja, Finisher! Das ist aber ein großer Klumpen. Neue Geschichte. Der Genu-Riese. Diese übergroßen kannibalistischen Räuber stammen von nordamerikanischen Genu-Stamm und sind für ihre ungewöhnlich große Statur bekannt. Der jüngste Rückgang ihrer Population inspirierte sich zu einem Geschäft mit dem Sanguiz... Sanguizuge. Ich bin das aus Sanguizuge. Teil der Inventurliste und hier der Rentier-Kampfhanschuh. Wie gesagt, ich weiß halt nichts über die Lore, ich weiß nichts über die Welt und hier wahrscheinlich auch nichts. Oh, der ist wieder da. Der ist cool. Ich dachte, der ist super stark, ist er gar nicht. Und hier ist es super stark, wenn man das ausgeräumt ist. Und hier ist es super stark. Ich bin ein wenig koppelt und hier, wenn man das ausgeräumt hat. Das ist das, was man das ausgeräumt hat. Also es ist halt das, was es ist, ne? Wow. Die Brücke sieht eh super gefährlich aus. Tada. 23 Geld. Aber es ist ein bisschen zu einfach, dass man überall diese Markierungen sieht. In there. Sprinten ist schneller als normales Rennen, wird eventuell benötigt, dem rechtzeitig immer hinzugelangen. Der Drücke während des Rennens, das ist, um den Sprint zu benutzen. Heiß. Oh, guess who's riding in first class and responsible for the biggest delivery in Gathering history? Remember when the dream of attending the Gathering was just that? Wishful thinking. But I am on my way, soon to be hobnobbing, with the creme de la creme. The oldest, the wisest, the most powerful. This is where it begins. If I play this right, in 100 years, I'll be the one being catered to by human douchebags like you. That's it for now. I must bid you adieu. There's still much to do and I can't louse this up. Yours truly, Chester, the catering king. The catering king. Okay. Das sagt mir halt immer noch nichts über die Story und so weiter. Was überhaupt los ist. Oh. Na komm. Oh, handlich, schnell und verlässlich. Ähm, der unverkennbare Hammermechanismus und möglichst schnell Feuer, wenn man geschickte Hände hat. Mit dieser Waffe muss nicht gezielt werden, sie wird automatisch nachgeladen, sobald die Trommel leer ist. Für Schnellfeuer RT gedrückt halten und für Einzelschüsse kurz RT drücken. Okay. Ja. Wie die Sachen rumfliegen, geil. Woops. Hey. Hey. oh ja den kopf zerplatzt okay die knarre ist nicht so toll die knarre ist irgendwie ein bisschen lame macht halt überhaupt keinen schaden und ich dachte es ist mehr so wie ja so devil may cry so neben so bei geschmack ich weiß nicht irgendwie als waffe aber irgendwo ach so kurz gebraucht ich will immer andere sachen machen überhaupt noch hochklettern kann also ist natürlich keinen vergleich mit shadow warrior das war so schnell und so flott und lustig die sprüche ich glaube das hier wird zwar von derselben firma gemacht aber auch von einem anderen team irgendwie entwickelt in der firma selbst und 50 geld aber mal sehen das kann man auch das hier ist so gold of war mäßig ich bin gespannt ob da noch ein paar andere sachen dazukommen ich will auch wissen was man für das geld kaufen kann der edgar oh 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 Ja, danke. Oh, der sieht ja süß aus. Geil. Erstmal selber alle ballern. Oh. 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 jetzt nicht jo Ja, die harten Typen, ne? Die fluchen auch die ganze Zeit. Ich will, du... Das große, schweizige Ball da ist nicht gut für deine SENSITIVE-SCHIN. Die Sonne will nicht wissen, was sie mit mir machen können. Fun game. Wir testen diese Theorie. Nein, nein, Regis, stop! Belmontville! Die Gathering sind in Belmontville! Excellent choice, Chester. Und seit du dich so damn helfen fühlst, wir brauchen eine Guide. Consider es eine Promotion. Du, shit! Belmontville ist ein langer Weg aus der Manor. Wir sind hier auf der Zeit. Wir haben den Dabano für drei Monate gehnt. Was ist noch ein paar Stunden? Ah, mach es deinen Weg. Aber dein Vater wird deinen Scheiß als ein Scheiß-Train, wenn wir keine Präsentation machen. Du bist verabschiedet. Was wird er tun? Sie schreien? Ja, wie gesagt, die coolen Typen, ne? Aber ich finde es auch schön, dass alles so stimmig passt, wenn es jetzt irgendwie anders wäre, wenn die Gefühle zeigen würden oder so, wird es irgendwie eher so fehl am Platze. Und du bist ein guter Weg. Aber ich soll das nicht sein, das Spiritschern gibt, Wir werden dich schreit mit einem K надоet. Und wenn unsere Kita-Überin kenne hier genau sagen uns das falsche, Eebano wird unter dem Tränen. Ich glaube nicht, dass ich in eine Position zu lieben bin, das ist und das Wachst. Die Glamour! Ich... Even I have my limitations, Mr. Gravener. You want a limitation? How about walking around without a head? Oh, wie heiß ist das sein? Also die reiten voller Lederkluft rum. Okay. Oh, ich hab das Rentiergewehr. Zielsichere Waffe perfekt für präzise Distanzschüsse und um die Schwachstellen vor Gegnern zu treffen. Vermöglicht schnell das Ziel zu wechseln. Zum zielen LT gedrückt halten und zum schießen RT drücken. Nice. Okay. Jetzt wird's doch spaßig. Jetzt wird's doch so ein bisschen mehr Shooter für mich. Okay. Aha. Ja. Oh, benutzt das Gewehr um Leuchte Schwachstellen zu treffen und mehr Schaden zu verursachen. Oh. Machst du denn? Ohoho. Alter Schwede. Das war aber genauso scheiße. Nicht weiter. Ja. Ja, wie gesagt. Ist immer noch kein Shooter. Aber... Schon ganz nett. Ah, siehste mal. Ich kann's doch einhauen. Cash. 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 Aha. Hier. Oh, Schal. Was? Skin freigeschaltet. Warte mal. Äh, hier haben wir's doch. Edgar Gravenor. Als junger Soldat, der während des Bürgerkriegs in 54 Infanterie-Regiment... 25... Äh, ne. 54. Infanterie-Regiment vom Massachusetts kämpft, blablabla. So, Chester Morgan. In den vergangenen Jahrhunderten knüpfte Chester umfassende Konflikte mit verschiedenen Charakteren der Unterwelt. Und wir sind Jesse Rentier. Person von William Rentier, dem Direktor des Rentier-Instituts. Nachdem er als Kind seine Mutter verloren hatte, wurde Jesse von seinem Vater großgezogen und zum Training gezwungen. Das Programm sollte aus ihm den nächsten Direktor des Instituts machen. Jesses früheste Erinnerungen hängen mit der Monsterjagd zusammen. Dank der Anleitung seines Vaters betrachtet er sich als Schwert gegen die Mächte des Bösen und als Schild zum Schutz der Hilflosen vor dem im Dunkeln lauernden Bösen. Doch in ihm verbleibt auch ein rebellischer Teil, der seinen Platz in der Welt und die Zukunftspläne seines Vaters infrage stellt. Eieieiei, diese Zerrissenheit. Ist das alles? Wow. Skin-Geist. Aha. Mehr gibt's nicht. Es gibt halt nur so ein paar Skins. Okay. Charakteristische Re-Kampfansche. Ja. Okay. Es ist halt wirklich aufs Minimum begrenzt, irgendwie. Sehr, sehr, sehr arcadig, wie schon gesagt. Die sagen Zecken, also Tick. Finde ich lustig. Keine Vampire, sondern Zecken. Ich muss sagen, die Steuerung ist echt gut. Also besser als in God of War sogar. Weil wie er sich da rumdreht, so ganz schwer. Ja, das finde ich ein bisschen ätzend leider. Damn. Guck mal in den Kopf, dass er wieder aufsteht. Da ist Geld. Es ist halt... Ich sag's nicht nochmal. Aber ihr seht eindeutig, wovon es herkommt. Dass wir den Truhen öffnen und... Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hin muss. Ich geh nochmal hier lang, weil ich glaube, da unten ist der Weg. Der richtige. Ich krieg nur Geld. Ich glaube irgendwie auch nicht, dass man die Welt nochmal bereisen kann. Wenn der Level beendet hat, ist es vorbei. Da ist ja überall TNT. Geil. Ich glaube, das hier mit Maustastatur wär so easy peasy für mich. Mit Gamepad wird's ne Herausforderung. Häng deine Mutter an die Wand. Häng deine Mutter an die Wand. Und jetzt basic an die Wand. Bäh positions höchse ist mit mir da. Reinigiert das er. Wie ist jung? Au! Passt schon. Neue Geschichte. Bediensteter Scharfschütze. Genau wie Rohlinge dürfen auch bedienstete Scharfschützen an der nächtlichen Kommunion teilnehmen. Im Gegensatz zu den Rohlingen jedoch verlangt ihr Ritual, dass ihnen verdorbenes Vampirblut in die Augen gespritzt wird. Okay. Ein parasitärer, blutsaugender Schädling, der in dem Blut lebt, gräbt sich in ihre Augäpfel und verändert deren Farbe und Form, sodass die bediensteten Scharfschützen weiter in die Ferne schauen und im Dunkeln sehen können. What the fuck? Was ist das denn bitte? Parasitäres Blut in die Augen spritzen, klingt ja sehr verführerisch. Einmal ganz klar tippen unten, ha? Money! Haha, wie sie da rumliegen. Okay. Okay. Ja, Jacket. Wenigstens haben sie nicht die gleichen Aussagen immer wieder genommen, es sind halt schon ein paar unterschiedliche. Und ich finde Nahkampf ist gerade jetzt so ein bisschen überbewertet, aber mal gucken. Oh, Spideys! Aber wie viele? Guck mal. Nett. Komm doch bestimmt. Ah, Arachdrophobie-Warnung. Wenn du Spinnen nicht magst, kannst du sie im Spielmenü deaktivieren. Habe ich schon gesehen bei den Optionen, dass man halt die Arachdrophobie-Option hat. Keine Spinnen sehen und so weiter. Hört mich jetzt aber gar nicht. Will ich nicht. Ich mag ja Spinnen. Außer jetzt, ja also die mit den dicken Ärschen und dünnen Beinchen, die finde ich jetzt auch nicht prickelnd. Aber Taranteln finde ich ja ganz liebst. Allerliebst. Ich will jetzt mal die Spinnen sehen, Mann. Ja super, das sind überall kleine Spinnen, aber keine großen. Uh, das war ne Lüge. Na komm, ich will zumindest noch ne Spinnen zeigen, dann machen wir Schluss. Oh, Mann. Kann ich auch mal nicht krank sein für ein paar Wochen? Zwei, drei Wochen bitte. Das wäre ganz nett. Oh. Ich kann sagen, das war's jetzt. Das ist nämlich immer von meiner Tochter die Kita-Seuche. Jedes Mal, ne? Ah, was ist das für ein... Wie Glas. Ich bin dran. Heute, Chester. Bitte. Ich brauche mich zu konzentrieren. Es ist nicht so einfach, dass es die Illusion aus der Grunde ist. Was ist die Grunde? Du willst nicht wissen. Oh. Also, ganz ehrlich, ich find's so super interessant. Wirklich. Ich weiß halt noch nicht, ob's mit so plump ist, jetzt irgendwie vom Spiel her. Also wirklich, das Setting super geil, die Monster super interessant. Oh. Hätte ich euch noch nicht machen sollen. Wow. Okay. Ich schau mich dann auf die Tentakel zu schießen, bitte. Die sind so nah. Also, ne? Das geht doch nicht. Ist ja doch alles so total überdreht hier mit den Farben. So alles extra bunt und wie gesagt, ich find's sehr, sehr schick. Irgendwie. Das tickelt mein Fernsees so ein bisschen. Stein aber, wie die komisch rumkullern. Oh, geil. What? Ich bin geschützt. Aber warum das denn? Es ist schwer, zu spätigen gegen die Spezies If we don't alter this trajectory eventually they will murder us all. Ja, ich will, es hat was. Es hat auf jeden Fall so einiges, was mir sehr gut gefällt. Ich bin halt so unentschlossen, ihr merkt's ja, ne? Ich bin so hin und her gerissen, ob ich das weiterspielen soll. Wie gesagt, Knackpunkt ist halt, ich weiß nicht, wie es ankommt, am Ende guckt's wieder keine Sau und dann sitze ich auf einem langen Projekt und andererseits, ja, es passt halt einfach nicht auf meinen Kanal so wirklich. Ihr entscheidet mal mit, liked das Video, wenn ihr möchtet und kommentiert auf jeden Fall. Das ist wichtig, dass ich halt weiß, ob es euch zusagt, weil wenn ich einfach nur viele Dislikes kriege, dann kann es auch wieder nur Hate sein. Ich weiß es nicht. Und außerdem sieht das ja eh keiner. Also es ist irrelevant. Es geht ja um die Likes und die Kommentare. Also tippt in die Tasten und wir sehen uns wieder vielleicht zu Evil West oder was anderes. Macht's gut. Tschüss.